moin moin guten tag und hallole zu folge nummer 20 der 13 dinge kiste wir hatten in den letzten folgen halt eben die vorbereitung hat ihm gestartet für das dorf und da würde ich jetzt dann eben einfach mal weiter halt eben mit anknüpfen ich habe mir schon eine werkbank und das glas halt eben mit eingepackt dass wir da dann eben drüben dann gleich die mauern und das dach dann hätte man fangen können und bruchstein haben wir ja noch drüben mehr als genug vorrätig für die märchen dann dann starten wir mal los der ganze schnee wird dann halt eben dann auch früher oder später dann eben weichen müssen können wir uns dann eben überlegen ob wir gehen dann mit der schaufel einsammeln oder ob wir gehen dann eben einfach irgendwie ja dann lass irgendwie verschwinden lassen falls das überhaupt geht da bin ich mir jetzt nicht gerade hundertprozentig sicher aber ja machen wir erstmal eins nach dem nächsten denn zuerst brauchen wir die mauern und da würde ich dann jetzt hier gleich mal etwas mehr machen weil wir müssen ja sowieso die komplette umrandung ja mit mauern halt eben versehen dass bei dem alles wirklich gut gesichert haben und da wird es wirklich sehr viel material verschlingen ja macht man es einfach mal so ja ich glaube das dürfte ein guter anfang sein dann starten wir mal durch falls euch wundert dass die truhen dann ebenso anders aussehen das ist in dem chroma hills texture pack eigentlich hat eben fast normal dass die hat ihm über die weihnachtsfeiertage immer wie geschenke aussehen ist als nur temporär halt eben vorhanden mit den geschenk aussehen also das wird nicht lange so bleiben gut jetzt bin ich gerade nur am überlegen moment ich glaube wir nehmen noch ein bisschen erde mit das wird da dann halt eben die ränder dann halt eben vielleicht auch noch ein bisschen halt eben ausbessern weil ich würde die mauer jetzt ungern hier direkt hier so ganz knapp hier an die wand halt eben dran setzen weil ja das wird dann glaubt doch ein bisschen zu kuschelig dann setzen wir hier einfach noch eine linie mit erde halt eben dran dann wird das ganze glaube ich doch ein bisschen entspannter und besser starten wir mal hier mit den mauern ja ich denke so würde das dann halt eben schon deutlich besser aussehen oder was meint ihr dann kommt hier dann halt eben noch das zauntor dann eben hin und das können wir jetzt halt eben nicht machen aber jetzt nicht genug als dabei aber macht ja nichts ist vielleicht haben wir ja noch ja gut okay macht nichts dann machen wir das nachher wir bräuchten vier stücke egal dann machen wir das halt eben später setzen wir einfach mal die mauern weiter fort so die weihnachtstage sind vorbei also wenn ihr das video seht sind sie vorbei weil für mich ist jetzt gerade hier der erste weihnachtsfeiertag ich nutze jetzt halt eben einfach die gelegenheit dass wir dann halt eben ein bisschen freie zeit dann halt eben haben und meine bessere hälfte bereitet dann halt eben schon das essen dann halt eben für morgen vor denn morgen gibt es dann halt eben nochmal das gute große essen und zwar werden wir da dann wir hatten eigentlich angedacht dann halt eben eine ganze zeit eben zu machen eigentlich war die halt eben schon für heute halt eben angedacht aber die gänse sind noch ein bisschen zu schlank gewesen dafür das wäre dann halt eben nicht gerade ein festtags essen geworden und deswegen flattern die gänse dann eben noch draußen auf der weide und herum und dafür gab es jetzt dann gute dann halt eben oder wird es dann halt eben geben und an heiligabend hatten wir dann halt eben gemütlich raclette gemacht das war dann halt eben auch sehr schön und wie sind bei euch die festtage dann halt eben verlaufen was hattet ihr dann halt eben gegessen hat ihr traditionell war es geplant war es geplant war was ungeplantes musste die umdisponieren gab es irgendwelche überraschungen schreibt es mir gerne in die kommentare falls ihr dann halt eben lustige oder vielleicht auch chaotische geschichten dann halt eben teilen wollt also ich lese es immer wieder gerne und und bin dann halt eben auch am schmunzeln oder dann halt eben vielleicht auch ein bisschen am leidigen mitfühlen wenn dann halt eben irgendetwas halt eben wunderbar verläuft oder naja vielleicht auch nicht ganz so wunderbar also da könnt ihr mir gerne von berichten wenn ihr das dann halt eben machen wollt jetzt schaue ich gerade mal ich glaube das hier ist nur einen stein dick oder zwei steine dick aber könnten wir theoretisch ja eben abbauen würde ich jetzt mal behaupten oder wir machen deshalb eben später weil ich habe jetzt gerade keine schaufel dabei so wie es aussieht nein aber wir könnten ja geschwind eine steinschaufel machen äh nein es wäre jetzt blöd wenn wir jetzt hin und herren ziehen wir jetzt einfach mal die mauer noch weiter drumherum und dann können wir danach mit der schaufel hier dann noch die überstehende einfach halt eben mal ein bisschen abarbeiten weil das wären dann halt eben spawnflächen halt eben für zombies und ähnliches das wäre halt eben nicht so tolle deswegen hätte ich halt eben gesagt bauen wir das dann eben einfach ab ja da müssen wir uns dann eben auch was einfallen lassen ob wir da dann eben laub draufsetzen oder das dann halt eben auch abbauen denn auf laub können dann eben auch keine zombies und golems dann eben spawnen müsste man sich vielleicht immer von der ferne halt eben mal anschauen aber ich denke so laub das würde jetzt blöd aussehen mit nur einer ecke hier oder das hier so mit laub abdecken dem berg also die stellen die wir dann jetzt halt eben nicht besetzen das glaube ich dann halt eben da die bessere oder eben auch schönere idee sieht vielleicht ein bisschen natürlicher aus dann haben wir jetzt die umrandung jetzt mal durch dann schaufel 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 ja 1 2 und ja eine steinschaufel damit kommt jetzt nicht gerade wirklich soweit aber eisen müssten wir ja erst mal noch auch farmen beziehungsweise eben wieder erst dann halt eben holen weil als ich hier dann halt eben alles gebaut hatte wurde ja der ganze eisen vorrat halt eben aufgebraucht dafür dass wir dann halt eben hier auch gut vorankamen ja komm ja komm bauen wir das halt eben noch ab können wir ja hier dann noch ein glasdach dann halt eben vielleicht machen und das dann halt eben von unten dann halt eben so weit offen lassen das wäre doch vielleicht eine gute idee okay ja ja also der eisen vorrat ging ja eben komplett drauf ich habe ja dann eben den letzten rest ja noch mit steinwerkzeug arbeiten müssen ich glaube wir sollten so langsam rüber gehen ja ja um halt eben das hat eben noch zu vollenden aber das ist ja wohl dann das kleinste ding da hat eben wieder eisen zu finden so ist jetzt gerade keine weiteren stöcke dann müssen wir hier noch mal stücke machen oh entschuldigung ein bisschen gerne ja ihr seht ich habe ja auch ein bisschen eichenlaub hat eben schon gesammelt weil das brauchen wir auf jeden fall ich werde natürlich dann eben noch mehr von dem eichenlaub dann halt eben einsammeln denn wir werden glaube ich schon fast den halben berg irgendwie einpacken müssen in laub das ist halt eben nicht gerade im sinne des erfinders aber wir wollen es ja dann halt eben natürlich haben und halt eben natürlich auch irgendwie schön haben also natürlich schön so rum so ich habe jetzt gleich mal zwei zauntore gemacht denn weiter unten werden wir sicherlich dann eben auch nochmal eins brauchen später wenn wir die wasserströme machen da werden wir ganz ganz viele von den zauntoren brauchen aber so da bin ich wieder das aufnahmeprogramm hat sich wieder automatisch geschlossen aus welchem grund auch immer ich hoffe das wird nicht des öfteren noch irgendwie vorkommen weil das kam ja jetzt schon einmal vor komisch machen wir einfach weiter als wäre nichts gewesen ja wo waren wir stehen geblieben achso mit den zauntoren ja später wenn wir dann halt eben die wasserströme dann halt eben dahin bauen werden wir dann eben auch ganz viele zauntore dann halt eben brauchen weil dann können wir halt eben die wasserströme halt eben gut lenken mit den zauntoren und wenn wir die dann halt eben aufmachen dann können wir dafür dann halt eben sorgen wie wenn sie gar nicht da wären das hat ihm dann wirklich die golems dann eben wirklich dadurch ja durchgleiten könnte man sagen so den creeper den werden wir jetzt einfach mal bekämpfen in hoffnung dass wir dann halt eben gut genug sind geht bloß nicht in die luft und er braucht noch einen schlag geschafft und schwarzpulver sehr schön gut dann haben wir jetzt hier momentan da haben wir ja noch was zum abbauen gehabt und unten kullert noch die ganze erde rum ja gut okay ich glaube das sollte man vielleicht noch irgendwie abbauen die zwei da unten dann müssen wir jetzt noch doch doch noch kurz durch buddeln okay kommt nicht ganz durch aber das klappte und nein das klappt jetzt hier nicht nein der trick funktioniert nicht okay haben wir noch eine steuenspitzacke warum macht man es dann so kompliziert vergessen florian logik kommt manchmal vor dass man nicht über alles zu 100 prozent nachdenkt aber was als wir hatten ja schon kurz das thema essen halt eben angesprochen was waren denn halt ebenso eure geschenke also was habt ihr verschenkt oder wurdet ihr dann eben geschenkt gab es dann halt eben wünsche die erfüllt wurden oder habt ihr dann halt eben mal wieder die traditionen gehabt wir schenken uns so versuch nummer fünf oder sechs ich weiß es nicht mehr heute schmiert er echt mein aufnahmeprogramm ein paar mal zu oft ab und ja ich will mal echt hoffen dass halt eben die videoschnipsel sich dann halt eben irgendwie noch retten lassen aber ja die ersten zwei konnten nicht gerettet werden und ist irgendwie totales chaos ja dann wiederhole ich mich mal ein bisschen wir haben hier jetzt überall hat ihm das wasser dann eben hingesetzt und ich habe da eben auch jeweils eine holzstufe halt eben rein gemacht das ist halt eben vielleicht halt eben nicht bis ganz nach unten das ist halt eben durch tropft im wohnbereich dann halt eben immer den abstand eben eingehalten dass hier halt wirklich die komplette fläche dann hätte eben so ackerfläche eben gemacht werden können ich habe jetzt hier auch einfach mal die fackeln dann eben platziert das hier nicht einfach so halt eben mobs dann eben spawnen das glasdach haben wir schon die umrandung gezogen und schon einen teil vom dach hat eben hier fertig hat eben gezogen aber uns ist halt eben das glas beziehungsweise der sand ausgegangen also drüben das ofensystem da läuft jetzt halt eben grad weiterer sand halt eben durch das wird dann eben hier noch das dach eben gut durchziehen können und ja ich will halt eben echt hoffen dass das jetzt halt eben hier endlich halt eben klappt und funktioniert Ich hatte auch nebenbei dann halt eben noch gesagt erwähnt dass ich dann halt eben ein mod zum anzeigen des lichtlevels dann halt eben mal zum ausprobieren mal drauf gemacht habe wenn ich auf f7 drücke jetzt sieht man noch halt eben überhaupt nichts aber wenn man hier jetzt die fackel weg macht wenn dann halt eben so gelbe kreuze dran sind dann bedeutet das dann bedeutet das dann halt eben wenn es nachts ist können auf diesen feldern dann halt eben mobs spawnen wenn die jetzt zum beispiel rot wären dann kann theoretisch jederzeit dann halt eben da ein mob halt eben spawnen weil es halt eben so dunkle ist also es wird nicht das exakte lichtlevel halt eben angezeigt sondern im endeffekt nur eine hilfe wo dann jetzt dann halt eben mobs spawnen können und wo nicht und wenn man jetzt zum beispiel hier eine fackel hin macht dann sieht man okay ein teil von dem bereich ist halt eben weg so ich glaube jetzt haben wir uns dann auf den aktuellsten stand der dinge dann glaube ich hoffe ich jetzt mal gebracht ja moment f7 dann kann man das wieder ausmachen weil das muss man ja nicht die ganze zeit halt eben anhaben gut ich hatte eben auch schon zwei dreimal erwähnt in der letzten aufnahme versuchen dass ich dann halt eben hier dann halt eben an eine der vier ecken aber ich glaube wir machen das vielleicht hier hinten an dieser ecke dass wir hier dann einen kleinen see dann halt eben basteln werden dass da dann eben dann der fischer den wir dann auch haben werden dann eben auch angeln kann keine ahnung ob er dann eben auch wirklich angelt oder nicht aber es gehört hat eben auch ein bisschen zum ambient halt eben dazu finde ich noch und zudem könnten wir dann hätten wir auch den sicheren platz haben wo wir selber dann eben angeln könnten also für uns selber dann eben items irgendwie aus dem see heraus fischen den wir da dann eben basteln werden da möchte ich dann eben dann auch das aussehen lassen wie normaler fels mit sie hat den normalen stein hat ihm dafür nehmen aber ich glaube man müsste dann eben auch aufpassen dass er eben auf jeden fall die wasserfläche blick zum freien himmel hat also da darf nichts irgendwie drüber sein irgendwie keine abdeckung oder irgendwie sowas damit war dann auch wirklich was gutes angeln kann aber das müsste ich halt eben noch mal genauer nachlesen und können wir dann das entsprechend halt ebenso zusammen basteln was aber ja auf jeden fall machen müssen oder was ich auf jeden fall beachten muss halt eben beim bau dieses teiches ist halt eben dass ich so glasblöcke halt eben nehmen als boden dass da nicht eben aus versehen ein eisen golem hat eben drin auftaucht das muss ja nicht unbedingt sein gut ich habe jetzt hier mal die steinhacke halt eben mal mit genommen dass wir schon mal das was auf jeden fall überdacht ist dann eben schon mal zum ackerboden dann eben bearbeiten können und dann können wir danach dann auch gleich die karotten und vielleicht sogar die noch kartoffeln dann eben einsehen als zwei verschiedene nahrungsquellen haben weil die dörfbewohner werden ja sowieso dann eben alles miteinander teilen und die essen ja kartoffeln und karotten auch noch halt eben rote beete und aus weizen machen die sich dann mit dem brot aber ich denke wenn man zwei verschiedene nahrungsmittel anbieten wird es dann halt eben schon vollkommen ausreichend sein denn ja wir haben ja auch eine bestimmte anzahl von items die sie aufnehmen können aber haben halt eben noch eine zusätzliche Begrenzung halt eben drin dass sie nicht zu viel von einem item dann halt eben aufnehmen und deswegen ist dann das mit den zwei slots dann glaube ich dann schon sehr praktisch ich glaube ich mache jetzt noch eine vierte Reihe hier voll mit der eisenhacke weil die verbraucht sich doch recht schnell das wird dann halt eben vielleicht noch eine steinhacke dann halt eben machen und dann halt eben oder besser noch drei vier steinhacken das wird damit dann halt eben hier einmal komplett dann halt eben bearbeitet haben zu ackerfeldern ja komm mach mal fünf steinhacken das dürfte dann hoffentlich ausreichend sein so alles zusammen und ein stück noch so ja ihr merkt vielleicht ich bin halt eben jetzt auch ein bisschen müde und geschafft eben von einem sich rum ärgern mit dem aufnahmeprogramm aber ja das kriegen wir dann halt eben noch gebacken und dann muss ich halt eben danach noch irgendwie mit dem Schnittprogramm ich dann halt eben umschlagen damit es halt eben ein Video wird und in der Hoffnung dass wir dann halt eben auch wirklich so viel als möglich retten können weil ja wie ihr sehen könnt es ist halt eben einiges dann halt eben noch hier passiert passiert beziehungsweise ist halt eben vorangekommen also es ist zwar alles nachvollziehbar aber ich möchte es euch dennoch halt eben nicht vorenthalten und ich hoffe wirklich dass die Dateien sich dann halt eben noch retten lassen denn bei meinem Aufnahmeprogramm gibt es dann halt eben oder kommt halt eben die Meldung wenn es halt eben abgestürzt ist die letzte Datei ist halt eben beschädigt worden möchten wir die reparieren lassen und dann kann man das halt eben starten aber manchmal kommt dann halt eben die Mitteilung dass das halt eben nicht erfolgreich gewesen wäre also ja also ja das dann nicht im Sinne des Erfinders aber naja geht okay ja so ist das halt eben wenn man sich mit Technik befasst und sich nicht zu 100% damit auskennt denn ich mach das ja auch erst seit kurzem und hab halt eben noch nicht alles dann halt eben so wirklich äh rausgefunden wie man halt eben was halt eben machen muss damit es dann halt eben wirklich von Erfolg gekrönt ist aber man lernt und übt ja und gewinnt somit dann halt eben auch Erfahrungen dann halt eben für die Zukunft dann man lernt man lernt nie aus musste sogar früher mal in der Schule einen Aufsatz über das Thema machen dass man halt eben ein Leben lang lernt ähm ja also da kann dann schon mein anderer äh beruflicher Zweig dann halt eben so ein bisschen durch könnte man sagen und mein Aufsatz wurde dann halt eben eher ein halbes Drama weil ja auf eineinhalb Seiten sind auf einmal eben drei Leute gestorben weil ich da auf diese paar Wörter paar Teilen äh tatsächlich halt eben eine ganze Lebensgeschichte halt eben zusammengepackt hab und die Hauptrolle in meinem Aufsatz äh ja sie musste halt eben wirklich ganz viel lernen und zwar das Leben lang äh ja wie dann halt eben die drei Morde oder eben die drei äh Tode halt eben dazu kam ich weiß nicht mehr so ganz so die Fantasie ein bisschen nicht mehr durchgegangen sind aber eins muss man mir damals zugute halten ich hab dann noch nicht einfach alles in dem Minus Fantasy irgendwie verbunden oder erklärt sondern ich hab's noch versucht relativ realistisch halt eben zu gestalten und zu machen aber ja gut das ist jetzt ja auch schon ein paar Tage her vielleicht auch ein paar Monate meine Güte die Steinspitzhacken verbrauchen sich echt schnell aber ich glaub wenn wir jetzt noch eine machen na vielleicht besser halt eben noch zwei dann könnte es glaub ich funktionieren oh ne wir haben hier wir haben hier haben wir haben wir haben hier haben hier haben hier haben hier haben hier haben hier auch mehr Stöcke machen so rum nehm hier nicht doof warum nehm ich jetzt in einen Knopf mit na ja vielleicht brauchen wir den halt eben später auch noch irgendwann so zwei dann nehmen wir die zwei noch mit dann dürfte das ja vielleicht funktionieren hoffen wir es einfach mal. Und ja, es ist auch schon wieder dunkel, aber ich renne halt eben nicht wieder so schnell ins Bett, denn wir haben es ja hier gut ausgeleuchtet. Ich war ja erst neulich dann halt eben geschlafen, als Phantome dürften nicht so schnell auftauchen. Ja, das kriegt man dann eben schon noch gut gebacken, denke ich mal, hoffe ich mal. Dann werden wir in der nächsten Folge, in der Hoffnung, dass jetzt meine Lieben alles dann soweit passt, in der nächsten Folge werden wir dann hier... Oh, da fehlt mir noch ein bisschen Bewässerung, wie es aussieht. Ja, klar, das reicht ja gar nicht soweit. Okay, dann wird man vielleicht hier direkt an die Ecke, oder ne, nehmen wir diese Ecke hier. Machen wir hier dann halt eben noch Wasser rein, eine Steinstufe, mal Wasser grad da, nein, müssen wir dann halt eben noch von drüben holen. Ja gut, okay, machen wir das jetzt so schon auf, können dann gleich den Komposter drüber setzen und dann braucht man nachher nur das Wasser drunter setzen und können dann den einen Erdeblock da dann auffüllen. Aber zum Wasser holen müssen wir da halt eben runter gehen. Bei unserem Wasserfahrstuhl sollten wir nicht kaputt machen. Sollen wir es riskieren? Sollen wir es wagen? Gehen wir auf Nummer sicher. Wir haben schon zu viele Pannen erlebt, finde ich. Deswegen, ja, müssen wir nicht noch es herbei beschwören. So, der Zombie brennt, sehr schön. Und, oh nein, eine Hexe. Eine Hexe ist gar nicht gut. Hoffen wir mal, dass sie uns nicht entdeckt hat. Ja, sieht ganz nach aus. Haben wir denn Pfeile da? Fünf Pfeile. Hm. Ich weiß, ob wir das dann hinkriegen. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt, ein bisschen. Aber wir können es ja mal probieren. Eins, zwei, drei, vier. Yay. Wunderbar. Und wir haben sogar ein bisschen Schwarzpulver bekommen. Sehr schön. Ja, hätte nicht gedacht, dass wir das jetzt so gut noch hinkriegen. Ein kleines Erfolgserlebnis am Ende von so chaotischen Aufnahmen. Aber, ja, kann ja nicht immer nur alles chaotisch sein. Gut, dann setzen wir noch das Wasser da hinten hin. Ich weiß ja, gewagt hier mit Sprint drüber zu gehen. Aber, es funktioniert. Gut. Dann Wasser drunter. Zack. Und Erdeblock drauf. drauf. Hallo. Jetzt. Und jetzt können wir das dann auch noch bearbeiten. Dann dürfte das soweit passen, funktionieren. Die Fackeln würde ich jetzt dann halt eben noch stehen lassen. Halt eben noch halt eben zur Ausleuchtung halt eben. Jetzt nicht wegen Gefahr, dass halt eben Mobs spawnen, sondern halt eben, dass halt eben das Gemüse dann halt eben gut wächst. Und das können wir dann halt eben später ja dann halt eben ersetzen, sobald wir dann halt eben Laternen haben, die wir hier drüber hängen. Oder Glowstone oder diese Leuchtpilze, wo ich ja dann halt eben neulich gesagt bekam, dass die dann halt eben jetzt ja auch gibt. Und das Glasdach müssen wir noch fertig machen. Also, wir haben auf jeden Fall noch gut was zu tun. Und wir können ja jetzt erstmal hier nochmal kurz hier reinschauen. Okay, das Glas schmilzt durch. Sehr schön. Ja, also, alles ist halt eben gut in Arbeit und Vorbereitung laufen und sobald wir halt eben da oben das Gemüse dann halt eben gut eingesät haben, können wir dann halt eben uns drunter, äh, unten halt eben dran machen, dass wir da dann halt eben die Schutzvorrichtung halt eben aufbauen, dass dann halt eben man da die Dorfbewohner halt eben reinsetzen kann und so weiter, ne. Aber wir könnten ja vielleicht auch eine Höhlentour in der nächsten Folge machen, um dann halt eben noch ein bisschen Eisen und halt eben allgemein Materialien dann halt eben wieder zu bekommen, weil jetzt die ganze Zeit mit Stein zu arbeiten, also Steinwerkzeug ist jetzt gerade auch nicht das idealste, hätte ich mal behauptet. Und unsere Felder da unten können wir dann eben auch wieder abarbeiten, aber das mache ich jetzt einfach mal im Offline-Modus. Währenddessen dann halt eben auch das Glas dann halt eben fertig hergestellt wird. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, danke fürs Zusehen, ciao, ciao.